Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Datenstrukturen und Algorithmen. Heute wieder mal mit einem tollen Algorithmus, nämlich dem Grußkarl-Algorithmus. Hört sich furchtbar an, aber ja, der ist dazu da, um einen sogenannten Minimum Spanning Tree aufzubauen, welcher ein ganz besonders interessanter Teilgraf ist, was ich euch gleich noch zeigen möchte. Ein Minimum Spanning Tree baut euch einen Teilgraf auf, der immer nur aus den minimalen Gewichten besteht. Das heißt, wir haben immer alle Knoten miteinander verbunden und zwar nur mit den minimalen Gewichten. Schauen wir uns das Ganze mal anhand unseres Nikolaushauses mit doppelter Haushälfte und einer Garage zwischendrin an. Wenn wir dieses Ding haben, dann ist jeder Knoten hier in unserem Graph mehrfach verbunden. Das heißt, wir haben den hier, der hat zwei Kanten, wir haben den hier, der hat sogar drei Kanten und so weiter und so fort. Das muss alles gar nicht sein. Wenn wir einfach nur jeden Knoten erreichen können wollen und dabei einen möglichst vom Gewicht leichten Graphen haben wollen, aber trotzdem jeden Knoten innerhalb dieses Graphens drin haben wollen, dann können wir das relativ einfach aufbauen. Und zwar, wir können hier zum Beispiel sagen, wir bauen uns einen Baum, der tatsächlich hier einfach immer die minimalen Kanten mitnimmt. Und genau das macht Kruskalts Algorithmus. Ich möchte euch erstmal kurz den Algorithmus zeigen, denn dann wird schon relativ schnell klar, was eigentlich der Minimum Spanning Tree überhaupt ist. Und was man damit anstellen kann, das erzähle ich euch dann nach. Okay, also wir haben dieses tolle Häuschen hier und ja, jetzt machen wir erstmal folgendes. Wir löschen alle Kanten raus. Warum würden wir das tun? Naja, wir fügen jetzt nach und nach wieder schöne Kanten ein und zwar immer der Reihe nach. Das heißt, wir sortieren erstmal die Kanten danach. Welche Kanten haben denn eigentlich das geringste Gewicht? Und ja, das ist quasi interner Vorgang. Den zeige ich euch jetzt natürlich nicht, den muss man auch so nicht machen oder zumindest nicht visualisieren. Wir haben jetzt einfach die kleinste Kante und fügen die ein. So, das ist diese Kante hier oben. Wunderbar. Nächster Schritt ist, wir fügen die kleinste Kante, die noch übrig ist, ein. Also zum Beispiel die hier. Die beiden haben jeweils nur eins als Gewicht. Also zum Beispiel sie kosten uns eins oder sie wiegen ein Kilogramm oder sie sind ein Meter lang, könnte man sagen. Und dementsprechend fügen wir die als erstes an, weil sie eben die Kanten sind, die am kürzesten sind. Ich nehme es jetzt einfach mal als kürzestes, okay? Weil wir nachher das auch noch für unser praktisches Beispiel noch verwenden werden. So, das heißt, wir haben hier zwei Kanten eingefügt, die am kürzesten sind. Aber offensichtlich sind noch nicht alle Knoten verbunden. Deswegen machen wir weiter und fügen die nächst kleineren Kanten ein. Wir haben hier noch eine Zweierkante. Hier haben wir noch eine Zweierkante. Hier haben wir noch eine Zweierkante. Und damit haben wir schon mal mehr verbunden. Aber immer noch nicht alle Knoten. Wir haben aber hier unten auch noch eine Zweierkante. Jetzt sind es schon relativ viele. Dennoch ist dieser, naja, dieser Baum eben noch kein Baum. Beziehungsweise die Knoten sind noch nicht alle miteinander wieder verbunden. Und das machen wir jetzt mit den Dreierkanten oder mit der Dreierkante. Es gibt nur eine in diesem Fall. Mit der Viererkante. Und Achtung, jetzt haben wir das erste Problem. Denn das passiert, wenn etwas schief läuft sozusagen. Wir fügen diese Viererkante ein. Und jetzt haben wir schon mehr als einen Baum. Jetzt haben wir schon wieder das Haus des Nikolaus fast fertig. Oder zumindest ein Haus haben wir hier fertig. Und das wollen wir nicht. Warum wollen wir das nicht? Naja, wir wollen, dass alle Zyklen verboten sind. Und dieses Ding hier führt zu einem Zyklus. Ich kann jetzt hier von A nach B nach D nach E nach C nach A gehen. Wir gehen nämlich hier davon aus, dass diese Kanten in beide Richtungen vorhanden sind. Und dementsprechend kann ich hier sagen, ich gehe einmal im Kreis rum. Das möchte ich selbstverständlich nicht. Denn dann ist es kein Baum mehr. Bei einem Baum kann ich wirklich nur die Äste entlang gehen. Und dementsprechend muss ich jetzt hier diese Vier, die ich gerade reingefügt habe, erst mal überprüfen, ob es wieder zu einem Circle oder zu einer Schleife führt. Und ja, das tut es hier in diesem Fall. Deswegen löschen wir die einfach direkt wieder raus, weil sie einfach nicht okay ist. Also haben wir so wieder unseren Baum. Gut, der nächste Schritt ist wieder relativ simpel. Wir fügen noch eine Kante ein, die nächst kleinere. Wir sind jetzt schon bei Fünferkanten. Es geht leider nicht mehr kleiner. Wir haben keine Vierer mehr. Die führt auch offensichtlich zu einer Loop, beziehungsweise zu einer Schleife. Also löschen wir die auch wieder raus. Der letzte Schritt ist, wir fügen die letzte Kante ein, und zwar eine Fünferkante. Und jetzt sind wir fertig. Woher wissen wir, dass wir fertig sind? Naja, in einem Minimum Spanning Tree, wenn jeder Knoten innerhalb dieses kompletten Graphs vorhanden ist, dann haben wir genau Betrag V minus 1 Kanten. Also so viele Knoten, wie ihr habt, minus 1. Zählen wir mal ganz kurz nach. Wir haben hier 5 Knoten und hier drüben auch 5. Das macht also insgesamt 10 Knoten. Das heißt, minus 1, dann wären wir bei 9 Kanten, die wir brauchen. Und ja, natürlich, wenn wir jeden Knoten hier drin haben können, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 Kanten. Wenn wir auch nur eine Kante davon löschen, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Ihr könnt schauen, wie ihr wollt. Man braucht immer genau Betrag V minus 1 Kanten, wenn man einen Baum erstellen möchte. Damit man eben wirklich alles mit allem irgendwie verbunden hat. So, und ja, das ist auch tatsächlich schon der Grußkallalgorithmus. Das ist quasi komplett alles, was wir brauchen. Das heißt, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Zuerst einmal löschen wir alle Kanten. Dann fangen wir bei dem geringsten, also wir sortieren erst alle Kanten, fangen dann bei der kleinsten Kante an und fügen so lange Kanten hinzu, bis wir Betrag V minus 1 Kanten haben. Also 1 weniger, als ihr Knoten habt. Falls wir allerdings zu einer Schleife kommen, also irgendwo eine Schleife existiert in unserem Baum, was wir natürlich überprüfen müssen, dann löschen wir die Kante, die wir zuletzt eingefügt haben, einfach wieder raus. Und so kommen wir zu einem Baum. Das Ding ist jetzt hier quasi ein Baum. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, was ich als Wurzel wähle. Im Endeffekt kann ich auch alles als Wurzel nehmen, wenn man es genau nimmt. Ich kann jeden beliebigen Knoten hier als Wurzel nehmen und dementsprechend ordnen sich dann halt die anderen unter. Jetzt, warum würde ich so etwas tun wollen? Nun, eigentlich relativ simpel. Stellt euch sowas vor wie das Stromnetzwerk. Das Stromnetzwerk braucht relativ häufig irgendwo mal wieder einen Masten, damit man auch wieder mal was stützen kann. Das heißt, wir können nicht hergehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier Verbindungen, die sind einfach mal 8 Kilometer lang. Das ist zu lang. Da brauche ich zwischenzeitlich einfach mal irgendwo einen Masten. Und ich möchte natürlich möglichst wenig Masten aufbauen. Dementsprechend möchte ich, dass die Knoten hier möglichst kurz voneinander entfernt sind. Mir macht es nichts aus, wenn ich hier relativ viele oder relativ große Wege zwischen den Knoten habe. Weil offensichtlich der kürzeste Weg ist es ja nicht gewesen, was wir hier mit Großkerl aufgebaut haben. Dijkstra liefert uns ein anderes Ergebnis. Wenn wir zum Beispiel von A nach hier drüben J laufen wollen, dann liefert uns Dijkstra A, C, G, J. Das hier ist allerdings A, C, G, H, J. Und das ist allerdings für den MST durchaus die bessere Wahl. Weil wir hier eine Kante mit 5 drin haben, anstatt diese Kante hier mit 8 oder diese hier mit 6. 5 ist hier die bessere Wahl, also nehmen wir die 5 mit. Wie gesagt, das heißt, hier muss ich zum Beispiel 5 Strommasten zwischendrin aufstellen. Hier muss ich 3 Strommasten zwischendrin aufstellen. Hier sogar nur 1, hier 2, hier 2, hier 4, hier 2, hier 1 und hier 2. Und diese, ähm, nun ja, diese Knoten hier, die sind sozusagen meine Verteiler, okay? Das heißt, da muss ich dann gar keinen Strommasten zwischendrin aufstellen. Und schon habe ich eigentlich einen perfekten Baum aufgebaut. Optimaler als das hier gibt es einfach nicht, ja? Weil eben hier der Minimum Spanning Tree gebaut wurde. Weil diese Dinger hier, die Knoten sozusagen für mich mit als Strommasten zählen, die mich aber nichts kosten, wenn ihr so wollt. Und deswegen baut man diesen Grußkarl-Algorithmus, um eben so ein Minimum Spanning Tree zu bauen. Funktioniert übrigens auch mit Telefonen, funktioniert mit relativ vielen Dingern. Generell, wenn man Netzwerke layouten muss, also irgendwie ein möglichst effizientes Netzwerk erstellen muss, zum Beispiel auch mit Repeatern in eurem Wi-Fi, da kann man das auch bauen. Und da ist dann auch wieder der Grußkarl-Algorithmus am Start. Und ja, dann baut man damit sein optimales Netzwerk auf. Genau, und das war es von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.